Ich denke, dass gerade für die Feuerwehr Güstrow die Wahl des Bürgermeisters auch von entscheidender Bedeutung ist. Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist so. Der Bürgermeister ist unser oberster Dienstherr. Das heißt, er ist mitverantwortlich für den Brandschutz und die technische Sicherstellung oder die Hilfeleistung. Und dementsprechend ist er unser direkter Ansprechpartner. Und gemeinsam mit dem Bürgermeister sind wir diejenigen, die das alles sicherstellen. Und gerade wenn es um Geld geht, ist es ja, glaube ich, auch wichtig, dass da ein entscheidendes Wort durch den Bürgermeister mitgesprochen wird im Interesse der Feuerwehr? Ja, das ist so. Also der Bürgermeister und die Verwaltung müssen natürlich dahinterstehen. Auch die politischen Gremien oder der Bürgermeister ist der, der das alles umsetzt und der dann der Feuerwehr wohlgesonnen ist oder sein sollte, damit das hier alles läuft. Gibt es denn jetzt spezielle Erwartungen oder was sollte der Bürgermeister in seinem Amt, wenn er denn gewählt wurde, zuerst angehen aus Ihrer Sicht? Also für die Feuerwehr kann ich nur sprechen, dass wir uns natürlich erhoffen, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin weiterhin so gut mit uns zusammenarbeitet. Dass wir das Vertrauen haben, dass wir gemeinsam die Feuerwehr zukunftssicher machen können. Und allgemein, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass die Stadt Güstrow weiterhin so gut funktioniert und sich weiterentwickelt. Fühlen Sie sich denn auch über die Kandidaten für das Bürgermeisteramt ausreichend informiert? Ja, also es gab ja verschiedene Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gab verschiedene Gesprächsrunden und dadurch fühle ich mich sehr gut informiert. Okay, würde ich mal sagen, das Ehrenamt ist ja auch von Bedeutung schlechthin, also nicht nur bei der Feuerwehr, sondern generell. Wie sieht es da aus? Was sollte der Bürgermeister da auch auf der Agenda haben? Ich glaube, es ist wichtig, dass Ehrenamt unterstützt wird, nicht nur bei der Feuerwehr, dass allgemein geguckt wird, wie kann man Ehrenamt fördern? Was kann man machen, dass mehr Leute sich ehrenamtlich engagieren und gemeinsam zu schauen, wie kann man Güstrow freundlicher machen für Ehrenamt? Jetzt als Güstrower Bürger vielleicht auch noch zu Güstrow. Was ist aus Ihrer Sicht wichtig? Was sollte in Güstrow angegangen werden, damit es vorwärts geht? Ich glaube, wir sind ganz gut. Wir haben eine schöne Altstadt. Wir sollten aufpassen, dass wir uns weiterentwickeln, dass Güstrow lebenswert bleibt und auch weiter wird, dass wir Leute ranbekommen nach Güstrow, dass wir eben eine lebenswerte, schöne Stadt bleiben. Vielen Dank. Gerne.